Gehen wir mal weiter. Was hat es da gesagt? Ein Stück spielen, äh, Turnachter spielen. Oh, das ist das Opening von Lies of B, was er gerade gespielt hat. Oder zumindest am Anfang. Ja. Genau. Ich habe schon nicht die ganze Zeit gefragt, warum die die ganze Zeit so dieses Bild... Bild. Der hund sitzt da natürlich nicht, oah. Dann gucken wir mal hingehen. Mal gucken, wo wir hingehen. Oh. 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 Ah, ganz toll. Wie kriegt ihr das? Schön. Mal immer was so gemacht. Schön. Kann ich? Ich... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Oh, hi Hoppenmeister. Oh my god, that's not sick. Okay, wait a minute. Burbel, that's what I have. We got another thing. Oh, that's nice. Oh my god. I'm still on the floor. I'm still on the floor. I'm still on the floor. Here we go. I'm still on the floor. Let's go. Hi. Here is nothing. Oh my god. Oh my. There is a fucking falle. Ich will ja nichts sagen, aber Aua Fuck Das hat weh Fuck, ey Ach du Scheiße Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich lang Gehen muss Ah, okay, das ist der Weg Machen wir mal die Tür auf Da vorne steht er Der dämliche Köter Oh, was willst du denn? Wo ist es? Wo ist es? Okay Gucken wir mal mit dem Schaden Oder wollen wir den Speer dran machen mit dem Feuer Ist schon cool Ah, guck mal da Oh, da ist ein Telefon Da ist ein Telefon Oh, da ist ein Telefon Oh, da ist ein Telefon Oh, da ist ein Telefon Einen Mörder Nein, ich bin kein Mörder Oh, mein Gott Du bist wirklich ein unglaublicher Lieber Okay, ich hab geworfen Okay, die Wahrheit war ja die Wahrheit gewesen Ja, oder was? Oder einfach Oder vielleicht Scheiße, was war denn die Wahrheit denn? Ja, oder was? Ich hätte ja nehmen sollen, oder? Hau mal Ich hätte ja nehmen sollen Oh, was bist du schade Oh Oh Okay, haben wir Aber ich sehe mich nicht als Mörder Ich meine Ich töte Ja gut, ich töte auch Menschen Aber auch nur, weil sie mich ja angreifen Sonst würde ich die ja alle gar nicht töten Ach, du willst mich doch verarschen, oder? Du willst mich doch verarschen Oh, warte mal Wie komme ich denn zu Allidoro? Das ist die Frage Warum bin ich denn zu Allidoro? Muss ich? Ich komme wahrscheinlich nur zu dem, wenn ich die töte Verdammte Hake, ey Er lädt mich doch im Arsch Bevor wir das machen Lassen wir einfach mal die Die Truhe nochmal öffnen Ich weiß nicht, was da drin ist Ich habe hier zwei Äh Ist das Kaliber-Dinger da? Ich weiß nicht, wie die heißen Allidoro ist da Wie komme ich zu Allidoro? Wahrscheinlich nur Wenn ich Den Boss mache, oder? Anders komme ich nicht zu Allidoro Ist, glaube ich, richtig, oder? Alles klar Hier schnäht sich die ganze Zeit Was hört er das? Darum waren wir Ich bin unter der Erde und der Schmetterling Ich probiere jetzt, dass der Weg zu dem Boss mal wieder so lang ist Warte mal Ich habe eine Kiste gekriegt Ja, die habe ich ja schon Okay Wir haben noch eine Tür der drei Faltigkeiten Wir haben noch eine Tür der drei Faltigkeiten Weiß ich schon, ob sie zu fragen ist Wo ist die? Sehe ich die noch? Sehe ich sie nicht? Bin ich schon dran vorbei? Ich glaube nicht, dass ich schon dran vorbei bin Nein, dafür gucke ich mich aber auch zu bescheid um Okay Ist der Weg gewesen? Der Weg war da Gut, dass ich mir so viele von den Sternendingern da gemacht habe Ich habe keine Ahnung Eine Frage, ich habe keine Ahnung Hallo, Rabbit Ja, ja, für euch beiden auch All right Demonstration time Who wants to watch this guy break apart? Nicht in Ordens Alles Gute Wir sollen die sind Nein! Ich konnte ihn von hinten sehen! Oh, das ist der Mann! Wenn mein eigener Geist stand im Weg... Oh, mein Gott, er... Ah! Oh! 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 Okay, er lagern Sie. Oh! Alter! Warum kann ich meine Waffe nicht verbessern? Hä? Warum kann ich meine Waffe nicht verbessern? Wir machen mal was anders. Weißer. Oh, ich hab gar kein Dienst dran. Wie weit bist du denn? Bist du schon durch mit dem Spiel? Ich hab auch Ewigkeiten gebraucht bei dem Alm aus dem Untergrund. Even if we just bakes to buy time, you're going down. Ida! Ida! Wie kann ich springen? Ida! Maybe when we couldn't save our brother, as we were fighting to see. No! Oh! 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 Okay, das wollte ich mir gar nicht versuchen. Ja, ich bin bereit. Darf ich? Ach so. Was tun zu schütten, ab nehme ich ... Das war das. Oh! Du bist eine Ehre- Eine Ehre- Yang mit ihm spüren. Wie ist sie dabei? Ich bin nicht so schwer. Beide mich. Aber deine Waffe nicht nicht. Nee, du bist. Oh Oh. 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 Oh, das war ein Fasch aber. Das war ein Fasch, aber nein. Oh oh, tüte. Nein! Ich bin zu ungeduldig. Ich bin zu fucking ungeduldig. Kacke. Ich bin zu ungeduldig. Ja, weiß ich. Das weiß ich. Ja, wenn man sich denkt, ja komm, ist nur noch, weiß ich nicht, ist nur noch ein Schlag. Dann ist meistens, dass das der Genick braucht. Ich muss mir mal merken, dass ich bei den beiden Brüdern nicht in mich ranziehen kann und den aufs Maul hauen kann. Alter, du kleine Störenpfiff, ich bin voll auf dem Lach. Ich bin jetzt die erste, die steht. Wie sagt der Savara? Was heißt Savara? Hallo. Ich will avenge dich. Hier, das ist die Bellen. Ich will die Puppe. Oh. Oh. Oh, ich habe ein Aarchen-verteil gemacht. Ich habe einen Aarchen-verteilung... ... auf den Geist... Oh. Oh, ich habe genau das Verschiegel. Oh. Oh. Oh, ich habe eine simplementen Puppe. Oh, okay. Oh! Oh, die nichts stimmt. Okay, jetzt läuft so ein bisschen geschissen als Feuer. Hallo, jetzt reicht es aber. Okay, ich mach doch erst den mit dem Stab und dann die kleine Nervensegel. Ja. Dann kann man es... War das nicht, dass ich nicht zwei von den Dingern benutzen konnte? Äh, nicht Schleifsteine. Grundsteine konnte ich nicht zwei davon benutzen. War da nicht was? Eigentlich habe ich genommen, dass du zwei Schleifsteine auf einmal nehmen kannst, aber irgendwie macht er das nicht. Wollen wir nochmal gucken. Wir lassen uns einfach mal sehen. Wir lassen uns einfach den Rang zu nehmen. Ich kann nichts mehr von hinten angreifen Ne, jetzt reicht doch noch Das ist für meine Brüder, ich werde dein Herz ausbauen Wolle ich mich wiederholen? Ich bin der Brüder, oder? Ich bin der Brüder, ich bin der Brüder Ich werde ich mit dem Klappen Wolle ich ihn mit dem Klappen Hey, Spicker! Oh, ich hab die gerade so gut. Ich bin zu ungenüdig. Ich will die einfach tot haben, bevor der Kack-Typ da rauskommt. Ja, also die Kleine nervt mich auch extrem. Die geht mir auch mal auf die Nerven. Ich hab jetzt auch ein paar mal verkackt, die von hinten eben hier anzugreifen. Warum echt ein paar mal verkackt? Das war kack. Ich will eben gucken. Das hat gesessen. Das hat gesessen. Das hat gesessen. Das ist für mein Bruder. Das ist für mein Bruder. Du hast mir immer noch zu viel gekauft. Eine von mir ist immer noch zu viel zu viel. Die sind für mein Bruder. Geht doch. Das ist für mich, wo du siehst. Nein! Alter! Der wollte sich nicht heilen. Was zum Fick?